Den Schirm muss man hochziehen, bis zu 5 mm, am besten, dass alles in einer Richtung ist, weil den zwickt man dann ab, so, und bis zum Anschlag, genau. Dann hat man hier den Stecker, von unten nach oben durch, bis zum Anschlag. So, man spürt es dann auch. Und hier sieht man dann die Farben, es sind ja immer Pärchenweiße, einmal Blau-Blau, Blau-Weiß. Die Pärchen müssen wir jetzt aufmachen. Genau, hier einmal, weiß-blau, Blau-Blau, weiß-orange, genau. Und der ist dann auch Widerhaken, deswegen kann es nicht mehr rausrutschen. Jetzt müssen wir es nur einmal drehen. Dann weiß-grün, grün zu grün, weiß-braun und braun. So, dann, genau, alle wieder bis zum Anschlag abknipsen. So, dann sieht man hier einmal den Pfeil, hier einmal den Pfeil, dann Pfeil auf Pfeil, ein bisschen fest und dann drehen. Und dann, dass es richtig fest ist. Einmal vorne, dann vorne und dann. Und somit war es dann fertig. Super, perfekt, danke. Okay.